Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin hier am Berliner Platz und hier am Berliner Platz wird am Mittwoch, dem 17. Juli 2003, wird hier eine Demonstration beginnen. Es ist eine um 12 Uhr, Dauer bis 14 Uhr und es ist dies offiziell eine Fahrrad-Nemo. Fußgänger sind aber auch herzlich eingeladen. Es richtet sich diese Demonstration gegen Sozialabbau und für den Erhalt von Beratungsstellen. Zu Beratungsstellen kann man sicherlich viel sagen. Die Arbeit kann aufgestockt werden, sie kann vermessert werden, aber eins ist wichtig, eins ist richtig. Beratungsstellen sind absolut notwendig. Es geht hier vordergründig um die Beschließung der Ehe, Familien- und Lebensberatung der Diakonie. Doch ich denke, dies ist ein Symbol, ein Symbol für den Abbau von wichtigen sozialen Dingen, die nicht nur für das Leben und die Gesundheit von Menschen wichtig sind, sondern die sich im Endeffekt auch ökonomisch rechnen. Um 14 Uhr ist die Demonstration beendet, an der Falkenstraße um 12 Uhr, wenn Sie hier beginnen. Verschiedene Stationen sind geplant, am Luterturm, am Lichttor, am Europaplatz. Ich bitte jeden, der weiß, wie wichtig Beratung und angemessene Hilfe sind, hier noch auch möglichst zu erscheinen. Laut und bunt soll der Protest sein. Und ich denke, wer das nicht schaffen kann, Möge bitte diese Nachricht zumindest weiterentragen im Internet, in den Netzen, persönlich und privat. Wir sind hier in Ludwigshafen. Das, was hier passiert, gilt für viele andere Städte. Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal, Speyer, mehr kommen kann. Möge bitte kommen. Ich bedanke mich im Voraus und wünsche euch allen alles Gute.